Jan Rosenthal ist ein deutscher Fußballspieler. Er kann als hängende Spitze und auf dem linken Flügel spielen und steht beim SV Darmstadt 98 unter Vertrag. Karriere Rosenthal kam im Sommer 2000 vom SV Staffors zu den Junioren von Hannover 96 und gehörte ab 2005 dem Profikader der Niedersachsen an. Parallel zu seiner Profilaufbahn absolvierte er seinen Zivildienst in der Einrichtung. In der auch Per Mertesacker am Anfang seiner Profikarriere tätig war. Zuvor hatte er seine Schulzeit am Gymnasium in Sulingen mit Abitur abgeschlossen. Bei seinem ersten Einsatz für Hannover 96 im März 2005 unter Trainer Ewald Lienen zog er sich 18-jährig bei einem Testspiel gegen Neunkirchen einen Kreuzbandriss zu, der ihn monatelang außer Gefecht setzte. Nach der Reha spielte er zunächst in der Oberliga Nord für die zweite Mannschaft von Hannover 96, um Spielpraxis zu sammeln. In der Vorbereitung zur Saison 2006-07 wurde Rosenthal regelmäßig in Testspielen eingesetzt. Unter anderem gegen den englischen Erstligisten Aston Villa. Sein Bundesliga-Debüt gab er am 13. August 2006 bei der 2-4-Niederlage gegen Werder Bremen mit Einwechslung für Wahid Hashemian in der 76. Minute. In seinem zweiten Bundesliga-Einsatz am 29. September 2006 beim 2-2-2-im Auswärtsspiel gegen Borussia Dortmund gab er die Vorlage die Hashemian zum 1-1 in der 75. Minute nutzte. Sein erstes Bundesliga-Tor erzielte er am 21. Oktober 2006 bei der 1-2-Niederlage im Auswärtsspiel gegen den FC Schalke 04 mit dem Anschlusstreffer in der 57. Minute. Am 2. November 2006 unterschrieb er einen bis zum 30. Juni 2010 gültigen Vertrag. In seiner Premieren-Saison bestritt er 29 Bundesliga-Spiele für Hannover 96 und erzielte sechs Tore. Am 16. Spieltag der Saison 2008-09 hielt Rosenthal im Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg einen Foul-Helfmeter. Nachdem Hannover 96 DK Sekunden Wechselkontingent ausgeschöpft hatte und Torhüter Florian Fromlowitz, der den Strafstoß verursacht hatte, wegen einer Notbremse mit der roten Karte vom Platz gestellt worden war. Zur Saison 2010-11 wechselte Rosenthal zum SC Freiburg, bei dem er einen bis zum 30. Juni 2013 gültigen Vertrag unterschrieb. In seiner Premieren-Saison bestritt er 22 Bundesliga-Spiele und ein Spiel um den DFB-Pokal. Mit den Preisgauern belegte er den 9. Tabellenplatz. Sein zweites Jahr in Freiburg war von Verletzungen geprägt, so kam er nur auf 18 Saison-Einsätze und zwei Tore. Zur Saison 2013-14 verpflichtete ihn Eintracht Frankfurt als Alternative zum Linksaußen Terkeshi Inoui. Er unterzeichnete einen bis zum 30. Juni 2016 gültigen Vertrag. In seiner ersten Saison kam er nicht über die Rolle einer Ergänzung Spielers heraus, stand selten in der Startelf und wurde meist eingewechselt. Er erzielte zwei Bundesliga-Tore für die Eintracht. Zu Trainer Armin Vih hatte Rosenthal ein angespanntes Verhältnis, nachdem er sich kritisch zu Feßentscheidungen geäußert hatte. Am 2. Februar 2015 wechselte Rosenthal auf Leihbasis bis zum Ende der Saison 2014-15 in die 2. Bundesliga zum SV Darmstadt 98. Mit neun Zweitligaspielen, in denen er ein Tor erzielte, trug er zum Aufstieg des Vereins in die Bundesliga bei. Nach dem Ende der Laie lösten Rosenthal und Eintracht Frankfurt Rosenthal's Vertrag auf und er wechselte fest nach Darmstadt. Rosenthal bestritt zwei Länderspiele für die U19-Nationalmannschaft, ehe er am 6. Februar 2007 für die U21-Nationalmannschaft debütierte. Im Spiel gegen die Auswahl Schottlands wurde er zu Beginn der zweiten Halbzeit eingewechselt. Später führte Rosenthal als Mannschaftskapitän die Auswahlmannschaft aufs Spielfeld. Erfolge SV Darmstadt 98 Vizemeister der 2. Bundesliga und Aufstieg in die Bundesliga 2015. 2015 2015 2015 2015 2015 1. 2.